Hallo und willkommen zur neuen Folge von... Ah, krass, nee. Ah, krass. So besser? Ja, der liebe Flo ist auch wieder mit dabei. Und wir sind jetzt mittlerweile bei der 21. Folge. Und, ja. Wir haben eben noch ein klein bisschen weitergemacht. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen was rausgerissen, weil wir einen Augenblick warten mussten. Ja, hier haben wir alles ein bisschen minimiert. Und, ja, der liebe Flo will heute anfangen, die hübschen Tanks hier schon mal vorzubereiten. Das heißt, er fängt an, die, äh... Wie heißt es? Smelltrees vorzubereiten. Für neun Stück brauchen wir. Genau. Ähm, das Problem ist doch nicht der Sand. Weil du hast gesagt, wir brauchen ja keinen Sand. Ähm, guck mal bitte rein und sag mal, dass wir nicht genug Sand haben. Ähm, wir haben nicht genug Sand. Und, äh, komm mal bitte nochmal her. Nein, ich halte meinen Mund. Doch, komm mal bitte her. Ich halte meinen Mund. Bevor du jetzt wirklich was rausnimmst, komm mal wirklich her. Ähm, äh... So, guck mal, was in diesem Fass drin ist. Oh. Hallo. Die Zeit, wo du keine, äh, wo, äh, wir nicht aufnehmen konnten, hab ich ein bisschen sinnvoll wenigstens benutzt. Weil wenn man Stein einfach in das Mältü rein schmeißt, kann man den Kram nämlich auch gießen. Äh, ich würd sagen, wie viele, äh, Ausgüsse wollen wir machen? Nur drei oder ruhig ein paar mehr? Ja. Oh, Schmälti, wie meinst du? Ja. Hä, was machst du da? Sandbrennen. Ach, für Glas oder was? Dann haben wir schon. Ja, wir haben noch genug, äh, ja genau. Ach so. Ähm, wenn wir Ausgüsse brauchen, und wir jede Smetterie haben, dann würd ich sagen, links und rechts drei. Also insgesamt sechs Stück. Sechs Stück pro Schmälti. Dann würd ich neun machen. Wenn wir vier Stück haben. Ne, wir haben neun Schmälti. Neun Schmälti? Neun Schmälti, die zwei hoch sind. Das reicht. Warst du wenig? Ähm, ja. Drei hoch. Äh, kannst du auch drei hoch machen, wenn du willst. Aber zwei ist das Minimum, was sein muss. Von, äh, Dings her. Du musst in dieser Folge rechnen. Herzlich willkommen zum Rechenspaß. Ja. Weil im Endeffekt hab ich einfach gedacht, drei Stück. Weil dann kann man nämlich an dieser Seite die Hopper nach hier vorne leiten. So hin. Dann hier rüber leiten. Und so gesehen auf der anderen Seite genau spiegelverkehrt. Das hier alles ankommt und diesen Hopper gerade nach vorne zu einem mittleren Chest. Und die mittleren Chest können wir dann einfach, äh, per Hopper zu einer Chest hinleiten alles. Und die Chests dann so gesehen, äh, nur importieren. Und den Rest nicht. Ja, äh, zeig mir mal bitte, wie du das machen möchtest mit den Smälti, wie hier oben irgendwo. Hier oben nicht. Unten. Aber unten. Ja, unten soll ich den großen Raum, äh, den Raum machen, oder was? Muss sein. Okay, dann gib wieder her. Muss sein. Also ich würd ganz vorne anfangen mit neun Stück, weil wir müssen da ja keinen Platz zwischen machen zum Laufen, nichts. Das kann ja eng an eng sein da unten. Da will ich eh nie hin. Also willst du neun pro Smälti haben. Genau. Und das jetzt, und hinten dann halt die, äh, Import, sag ich jetzt mal. Sagen muss man drei Platze frei halten? Ähm. Nee, sogar vier, vier. Nee, drei. Nee, gar nicht wahr. Vier. Stimmt, vier. Geht auch nicht auf. Musst ja da, also du machst mit Autoclocks halt. Ähm, da kommen auch überall Autoclocks drüber. Dann machen wir fünf, dann machen wir fünf in, äh, in der Sicher. Also hier fünf, dass da fünf, also doch ein Durchgang. Ein Durchgang ist gut, aber dann kann man... Also kurze Info für die, äh, Zuschauer. Hier kommen ja noch die anderen drei hin von den Zeroed Stone, damit das eigentliche Gerüst bleibt. Ähm. Und hier kommen dann die Ausgüsse hin. Ja. Ja, sozusagen eigentlich sieht das so aus, dann, und dann kommt hier die Ausgüsse. Genau. Hier sozusagen die Ausgüsse. Genau. Ja, und darunter sind halt die, äh, die... Die Hopper. Die dann halt alles zu einer Stelle hinbleiben. Wie hier. Wie hier. Genau, wie hier. Genau. Die das denn alles zu einer Stelle hinleiten. Gut, dann brauche ich also neun mal neun Ausgüsse. Äh, genau. Oder sonst mache ich es mal weniger Ausgüsse, würde ich sagen, oder? Na, ich hätte sechs gesagt, weil hinten brauchen wir doch eigentlich nicht dran. Ja, stimmt. Sechs Stück, dann können wir vorne importieren. Okay. So, ähm. Und willst du, äh, willst du Blöcke zum Erschmelzen oder willst du lieber halt, äh, die Ingelz, also... Äh, brauchen zwar leider mehr Platz, äh, aber andersrum, dann haben wir wenigstens nur eine Art. Weil ansonsten haben wir immer zwei, drei verschiedene Arten an, äh, Ingelz. Ja, ist nicht so. Und das kann ich persönlich nicht ab. So. Und dann brauchen wir auch insgesamt neun... Ja, es ist nur... Äh, neun Tanks. Genau. So, hier kommt einer hin. Und willst du für jeden... Willst du also für jeden... Für jede Eisenart, für jede Art... Von Erz, genau. Weil ansonsten haben wir das... Es gibt auch ab und zu mal besondere andere Erze. Ähm. Welche denn? Ähm. Ja, Platinium und so. Was ist da mit drin? Das ist damit eingerechnet. Wir haben neun verschiedene Erze, die wir durch diesen Kram bekommen können. Ah, nee, die bekommen wir ja gar nicht, weil wir kein Source im Team schon... Äh, doch. Kann man bekommen. Aber ist in dem Sinne egal. Ähm. Das ist einfach, äh... Wir haben doch immer neun Stück, die wir kriegen können. Neun verschiedene, äh... Gravel-Oar-Arten und so weiter. Ja, klar. Ja, und nur die wollen wir anschmerzen. So, willst du einmal gucken, die feierliche Öffnung? Jo, das will ich jetzt gerne sehen. Weil das ist so toll. Da haben wir so lange dran gearbeitet und jetzt wollen wir es sehen. Ja, 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 jetzt läuft's. Also es ist echt enorm langsam. Hättest du den Vakuum-Trichter nicht hier hinbauen sollen? Oh. Packen die so ein bisschen rum. Ähm. Jetzt haben die sich den grad eingesnackt wieder. Lackers! Ja! Warum denn nur? Ich weiß gar nicht, was sie haben. So. Gut. Jetzt läuft's. Der mal... Okay, also irgendwie ist es, glaube ich, immer noch zu wenig. Die Äußersten werden hier nicht mit eingesaugt. Da brauchen wir sechs. Ja, dann setze ich hier vorne einfach welche hin. Ah, nee, jetzt geht's, oder? Nee. Der nimmt nicht alle mit. Ich baue lieber noch ein paar mehr. Boah. Ähm. 6 mal 9. 6 mal 9. Vakuum. 36. Und 9 mal 9 ist... Was? Warum 9 mal 9, ne? Ich glaube, 6 mal 9 ist 36. 4 mal 15 ist das. Gut. Das heißt, Obsidian fehlt. Äh. Haben wir noch ein Ignorius Extruder da drin, ne? Ja, gut. Das heißt, den können wir einfach mit Lava füllen. Rech' mich jetzt nicht. Und ein paar Buckets nehmen mit Wasser. Dann passt's. Ach, verdammt, wir haben hier ja die Lava-Produktion abgerissen. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja. Schmeiß aber die ganzen Serial Stone Bricks ins, äh, ME-System. Geht deutlich einfacher mit Zählen und alles. Naja, nee, du magst es ja nicht so gerne. Das krieg ich schon hin. Das sind 81. Glaube ich dir schon, dass du es hinkriest. Eventuell. So, ich mach einfach mal 13. Ich glaub, ich bin ein Mensch. Du bist ein Mensch? Haben wir nicht irgendwo mal eine permanente Wasserquelle? Äh, da hinten in der Ecke. Hier. Ah, gut. Wir müssen bald eine neue bauen, ich weiß. Mach mir bald. Was machst du mit dem ganzen Wasser? Äh, ich würde 13 Obsidian herstellen. Dann haben wir mal ein bisschen was auf Vorrat. Äh, denk dran, du musst den Controller auch noch... Ja, wir haben keine Diak. Kann ich auch ne neues Extruder einfach nehmen. Ja, klar. 9. 18. 21. 24. Dauert auch überhaupt nicht lang. 27. 33. 33 pro Schmiede. Ja, denk aber an Controller und Tank und so weiter. Wie bitte? An Controller, Tank und so weiter. Ich hab schon die Tanks und Controller gebaut. Ah, gut. Ey, sozusagen, das ist richtig cool. Bei der Kiste. Eigentlich. Ah, wie toll. So, 7, 8 Obsidian. Das reicht erstmal locker. Boah, hier ist wirklich 33. Guck mir das nochmal lieber an. Sonst brauchst du halt ein bisschen zu viel, dann ist das so. Ja, ich will aber wirklich sicher sein. 6, 12. 24 plus 9. Alter, was ist hier denn los? Alter, ich bin nur einmal kurz die Anlage langgegangen und mein Inventar ist voll. Und selbst schuldig. Ich will da auch niemals reingehen. Alter, da oben wirst du mich niemals sehen. Da oben geh ich nicht gerne rein. Ähm, deswegen will ich da ja auch eine komplette Dingsanlage hinsetzen. 31, ja. Plus 12 ist 45. Dann machen wir 45. Oh, reicht wirklich plus 2 hoch? Ja, das reicht. Dann mach ich nur 31 pro Ding. So, ich hoffe, dass das denn jetzt aber gleich reichen wird. Nein, das reicht nicht. Meinst du jetzt mich, oder was? Ja. Nein, das wird reichen. Nein, das reicht nicht. Halt die Klappe. So, die eine Seite ist schon mal fertig. Toll. Scheinbar reicht das wirklich nicht, weil er jetzt in der Mitte nicht mehr rankommt. Würdest du mich jetzt irgendwie trollen, oder so? Der kommt wirklich jetzt in der Mitte nicht hin. Jetzt reicht's mir. Ich baue noch... Dann machst du dazwischen, dazwischen. Ich baue jetzt noch ein Stück von den Scheißteilen. Nein, übertreib's nicht. Ah, gut. Mach doch einfach einen davor. Meckazieger. Meckazieger. Meckazieger, meckazieger. Mach doch einfach hier und hier. Was ist denn daran so schwer? Also, so hätte ich nachgedacht. Hätte ich das gebaut. Meckazieger. Meckazieger. Meckazieger, meckazieger. Meckazieger, meckazieger, meckazieger. Und dann brauchen wir die Tische, ne? Ah, hier ist sie. Neun T... Oh Gott, neun Tische ist aber ein bisschen viel. Neun Tische pro dem. So, da einmal. Wieder 81 Tische. Boah. Hauptsache erst mal, ich werde überhäuft mit den Scheiß. Saug doch einfach den Müll ein. Wie, du hast für neun Smelltrees schon alles fertig? Fast. Okay, nicht schlecht. Eigentlich noch die, ach, eigentlich noch diese, äh... Wie heißen die? Die, ähm... Trains. Pussbaum. Äh, stimmt, davon brauchst du denn ja auch welche. Davon brauche ich jetzt auch nur ein 80 Stück. Oh. Das wird heftig. Da musst du mal gucken, ob... Ich glaube, die kann ich auch in der Kiste nicht reinpacken. Ähm, Duranium. Haben wir Duranium? Ja, nur 16. Wie macht man noch ein bisschen Duranium? Duranium? Was im Teufel ist Duranium? Äh, ich gebe dir mal den Block, dann kannst du mir das sagen. Oh, iiih! Ja, warte kurz zwei Minuten. Was soll ich denn sagen? Ich will hier bauen und mein Inventar ist einfach nur voll. Oh, da ist ein Duranium. Äh, ich habe da gerade irgendwie einen Block gesehen, der so tausend Kilometer in Luft geflogen ist. Außerdem, apropos Luft, oben sind Wolken, die sollten uns was snacken. Und wir fliegen können. Warum? Ähm, die Wolken machen keinen Fallschirm, wenn man runterspringt. Ja, wenn wir runterspringen, sind wir tot. Nein. Wenn wir ins Wolk springen, schon. So. Genia. Alter. So, warte, ich will mal kurz Inventar leer machen. Boom. Da. Kannst du mir sagen, wie ich diesen, äh, Eisding setzen kann? Das ist Aluminium, Brass, das ist, äh, ja, gut. In deutsch halt. Äh, das ist, ähm, drei Teile Aluminium, ein Teil Kupfer in der Smetri. Hier nochmal, also ein Kupfer und... Drei Aluminium, ein Kupfer. So, es funktioniert. Äh, oh Gott, wie Kupfer. Oh, nur noch Jenny ist online bei uns. Das sieht echt cool aus. Wenn, ja. Bis auf, dass das so ein bisschen, äh, rumbackt. Äh, das ist nicht schlimm. Äh, es wird alles eingesammelt und das ist die Hauptsache. So, und jetzt interessiert mich mal, ob Gravel oder Dust mehr oder weniger wird. Gut, ich glaub, das muss man dann auf Dauer gucken, wenn wir auch genug, äh, Kram noch haben. Ach, egal. Eigentlich müsste noch ein Bann mehr machen. Ah, nee, wir haben ja eine. Stimmt, wir haben eine Schablon und ist schon fertig. Wie geil ist das denn? Komm mal hoch. Schnell. Gott. Ich hab sie schon in der Schmied reingepackt. Wie geil. Äh, lol. Wie geil. Lass sie. Lass sie nur mit Kohle. Ja, aber wenn das bei dem geht, geht das theoretisch immer. Ich muss mal gucken. Äh, das ist gar nicht mehr existent, das Ding. Oh. Ich hab da, ich bin einfach durchgesprungen halt und hab nichts bekommen. Egal, so. Das heißt, das ist fertig. Dann müssen wir jetzt drauf warten, dass wir mehr Gravel zu häxeln, sag ich jetzt mal, um mehr autonomes Activator zu bauen. Ja, müssen wir drauf warten. Und komm mal ganz kurz mit. Ähm, gleich. Ähm. Ach, nee, warte mal. Ähm. Wir haben den, die Auto-Package haben wir ja noch. Ähm. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren, weil sonst vergesse ich die Idee wieder. Äh. Problem ist nur, dass das... Komm mal ganz kurz mit, bitte. Ganz kurz nicht. Ach, nee, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich kann es auch so machen, eben ausprobieren. Wie kann ich die Dings, diese, äh, Redstone-Glock abbauen? Mit Redstone-Block. Spitzsacke. Wenn die war gerade böse. So, nimm's, 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 bitte, bitte, nimm's. Was willst du mir zeigen? Oh, verdammt. Ha, doch, es klappt. Ha, es klappt. Geil. Wir brauchen gar keine Crafting-Unit dafür. Wir können den Auto-Package einfach benutzen. Den hab ich doch mal, ähm, für die Kobbel, äh, benutzt, weil ich den ganzen Haufen Kobbel doch einschmerzen wollte und zu faul war, äh, zu craften. Da muss man nur einen Block, links Kiste nehmen, rechts Kiste nehmen, fertig. Und dann kommen die fertigen Dust-Sachen raus. Okay. Das ist richtig cool. Müssen wir uns nur überlegen, was wir, wie wir das denn machen. Ob wir dann, äh, für jeden ein Packager bauen, oder wie wir das machen. Viel Spaß dir. Du tust mir sowas von gar nicht leid. Warum? Keine Ahnung. Du hast ja schon Aluminium-Brust drin, ne? Ja, und ich bin drei. Du tust... Jetzt kann ich ja wieder die Klock anhauen. Und dann Klock. Du tust mir sowas von nicht leid. Kannst du mir die Dematen-Chess bringen? Äh, ist immer im E-System. Ja, wollte ich mir. So, das heißt, wir brauchen hier gar keinen... Guck mal die Kiste bei Mycel an. Okay. Wie lange haben wir eigentlich schon wieder? Noch zwei Minuten. Okay, gut, das heißt, nächste Aufnahme... Ja, müssen wir mal gucken, ob du dann unten beigehst. Die Ebene bauen. Äh... Das wolltest du ja nicht so gerne. Also, es geht weniger um Bock. Wenn du mir ein sicheres Plattformen... Wenn du mir ein sicheres Plattformen... Ich mach dir ein Argument. Warte zwei Minuten. Wir überziehen nochmal kurz wieder. Wir haben noch zwei Minuten, wie gesagt. Äh, ja, ich weiß aber nicht, ob ich das bis dahin schaffe. Äh, wir haben keinen Leder. Nein, gut, das heißt... Wir sind am Arsch. Wir brauchen zwei Leder mindestens. Äh, wir brauchen zwei Leder. Ähm... Wurscheln. Wenn wir da eine Kuh schlachten, oder? Ich hol mal kurz sowas. Ähm... Naja, gut, aber dann ist wahrscheinlich die Aufnahmezeit dann auch schon um, bis ich wieder da bin. Ja, einen Minuten hast du noch, aber wir machen ja noch ein bisschen länger, okay? Okay, Leute, habt ihr nicht gehört. Ey, wir müssen jetzt aber echt mal gucken, dass wir, äh, im Schnitt bei 20 Minuten bleiben. Ähm, wir hatten mal eine Folge, die 13 Minuten war. Ja, müssen wir einfach mal gucken, dass wir dann die nächsten Folgen irgendwie ein bisschen weniger dann machen. Die Quest-Folgen können wir dann einfach ein bisschen weniger machen. Sag ich jetzt mal, nur weil wir jetzt... Hä? Sonst machen wir ein Part im Video halt. Ja. Wie die anderen. So, dann muss ich nur gleich... Warte, ich lege mir schon ein Bett. Ich lege mich an. Dann muss ich nur gleich mal kurz bei Tim ein paar Kekse suchen. Tim, wenn du das siehst, tut mir leid, wenn ich nicht dran denke, dir Bescheid zu sagen. Ich musste mir ein paar Kekse klauen. Warum Kekse? Weil ich sonst verhunger. Und Kekse hat ja im Normalfall... ...in On Must. Ja, hat er nämlich auch immer noch. Ah, Hilfe. Ah, Tim, war das gar nicht mit den Kühen? Dann war es Ronny, glaube ich, oder? Und das. Verdammt. Ach, du Kacke haben die gelitten, ey. Ah, ne, die haben das leider nicht. Dann war das irgendwo anders. Ach so, der... Ah, ich weiß, was mein Fehler ist. Um das Fickett gerechnet habe. Oder war Theatoxis das? Verdammt. Nee, Theatoxis hat auch keine Kühe. War Ronny das mit... Doch, stimmt. Ronny war das. Nee. Das war Theatoxis. Nee. Nein. Ich bin nur gerade am überlegen, weil... Ich hatte mit Ronny Diskussionen mal, weil er... Äh, glaub ich... Äh, Kühe... Füttern sollte. Oder ob er das war, der die Kühe hatte. Und wer anders sollte die zichten. Und Tim sollte die zichten. Das wieder drei Aluminium und ein... Das war die Holzbrücke zur Schweiz rüber, oder? Ja. Sie betreten nur die schöne Schweiz. Du warst in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz. Wenn du zur Schweiz reisen kannst... Alter, was haben die denn da gebaut? Du spoilerst mich vor. Ich werde es nachher gleich sehen, aber ich darf nicht. Ja, ich will das... Einige kenne ich ja schon, aber ich versuche mir das eigentlich möglichst wenig anzugucken. Ja, er war das mit den Kühen. Merkt man auch an den FPS. So, Ronny, wenn du das sehen solltest, äh, du hast nix gesehen. Boah, ein Leder. Drei Leder. Drei Leder. Eins brauche ich noch. Ja, vier Leder. Passt. So. Ah, er hat sogar hier ein Tor. Gut, ich komme wieder zurück. Wir haben auch zwei Minuten überzogen. Ey, ich muss jetzt ja eigentlich noch bauen. Ah, komm, mach noch. Hm. Ich will noch warten, bis die ganzen Barenkussformen fertig sind. Na gut, stimmt. Das ist eigentlich ein Argument. Eigentlich ja nicht, ne? Äh. Nee, wie gesagt, dann müssen wir einfach mal gucken, dass wir die Questfolgen irgendwie besser vorbereiten und dann wirklich da auf 15 Minuten reduzieren oder so. War ja vorbereitet, aber du hast ja gesehen, was da jetzt alles rauskam. Ja, wie gesagt, wenn wir das im E-System jetzt haben, wenn wir vernünftig die Öfen haben und so weiter und so fort, dann geht das alles auch schneller. Deswegen wollte ich halt erst die Anlage bauen und dann craften. Weil allein, äh, mit der Ice-Quest beispielsweise, wenn wir jetzt gewartet hätten, also jetzt nicht so wie jetzt die ganze Zeit nebenbei, hätten wir uns einfach mal 10 von den Dingern bauen können, weil wir die Rohstoffe einfach haben. Gut, ich komme bei uns her, 20 FPS. 10 FPS. Wo? Ey. Wo kommt der Zombie her? Hier ist es irgendwo... Ey, guck gleich nach der Aufnahme mit F7-Modus. Ja, bitte. Ähm. Ähm, ja, ich habe alles fertig. Die Schmiede. Ja, ich baue erstmal nur einen Jetpack, das sollte ja reichen. Willst du denn gleich... Das ist gar nicht übertrieben, nein. Guck nicht in der Diamantenschest rein. Guck da bloß nicht rein. Eins, zwei, drei, vier. Kann ich auch gerade gar nicht gucken, um echt zu sein. Gut, Tom. Das willst du nicht sehen. Ach, verdammt, jetzt habe ich zu wenig davon gebaut. Ha! Also, du willst gar nicht wissen, was das Ding kostet, ey. Du wirst mich köpfen. Ja, wenn wir noch ein bisschen Erde sammeln, dann können wir hier die ganze Erde mit... Äh, die ganze... Das gelbe Ding aus... Machen wir Yellowstone aus Greenstone. Greenpeace! Yay! Was? Achso, ne, wir haben genug Enver. So, was ist das? Mit Pulse, wie macht man die denn? Ah, gut. Hat sich erledigt. Eine Nummer kleiner, bitte. Ich kann die größte, die leider noch nicht bauen. Weil wir dafür, äh, Harden-Glas brauchen. Hm, mh. Harden-Glas ist aber ein bisschen schwieriger zu bauen. Vor allem jetzt spontan. Deswegen baue ich die das, äh, dann wann anders. Musst du mal einen Lava-Generator und einen Aquilis-Aquil-Lator, wie der heißt. Aquilis-Aquil-Lator. Generell ist das kein Problem. Könnte man Lava herstellen, äh, Obsidan. Nein, bitte nicht. Ich könnte aber auch einen Obsidan-Generator bauen. Wenn es hier geht. Oh nein. Da kann man den abbauen, stimmt, das geht ja gar nicht. Oh nein, verdammte. Ah, Harden. Ich brauche Sulfur. Wo bekommt man den? Kohle pulverisieren. Wir haben auch einen Pulveriser, aber jetzt müssen wir eh Schluss machen. Ja, ja, das ist eigentlich nur das eine Teil. Verdammt. Weil dann bin ich nämlich fertig. Komm schon, gib mir einen Sulfur, verdammt, nochmal. Das ist aber auch eine Reise weg, da hast du eine 80%ige Chance halt. Nee. Nein, das ist falsch. Das sind aber falsche Sachen. So, habe ich einen Sulfur, bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Offen, der kannst du auch. Ja, ich habe einen Sulfur. Gut, wir haben ganz kurz die restliche Kohle rausnehmen, weil wir müssen ja nicht unnötig viel pulverisieren. Weil wir pulverisierte Kohle eh für nichts anderes brauchen. So. Was? Achso, ich dachte gerade. Ach komm, ein schönes Endbild kannst du auch geben. Guck nachher gleich, bevor wir den Part beenden in der Kristallschest. Willst du haben? Willst du haben? Willst du haben? Hier. Wir müssen aber gleich noch eine Anlage bauen, um das Ding aufzuladen. Fällt mir gerade ein. Da. Null. Nein, ich will nicht. Gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bye.